Jetzt sollen auch die anderen Signale mit Zugbeeinflussung und Weichensteuerung ausgestattet werden. Dabei machen sich zwei Sachen positiv bemerkbar. Einmal, dass alle Gleise bereits eindeutig benannt worden sind und diese Benennung auch konsequent durchgeführt wurde, so dass nur eine Zahl geändert werden muss. Und zum zweiten der Aufbau der Ereignisverwaltung, der jetzt eine noch klarere Struktur bekommt, als er schon hat. Dazu lege ich eine neue Ereignisgruppe an, benenne die in N103, denn für dieses Signal gilt sie ja, und verschiebe die vier Ereignisse in die Gruppe hinein. Dabei kommen die schon mal durcheinander und ich stelle die alte Sortierung wieder her. Bremsen, Halt, Abfahrt, Ausfahrsignal zurückstellen. Das hat keinen Einfluss auf die Funktion, sondern dient nur der Übersicht. Jetzt brauche ich die Gruppe nur zu duplizieren und umzubenennen. Das nächste Signal soll N102 sein. Und muss hier nur umbenennen. Aus 103 wird immer 102. Ebenso beim Signal und wieder beim Gleis. Damit ist diese Sache erledigt. Das gleiche bei Halt. Gleis. Signal. Gleis. Bei der Abfahrt wird es etwas aufwendiger, weil wir ja auch die Weichenstellungen berücksichtigen müssen. Zunächst mal das Signal. Bedingungen waren ja keine. Dann das Gleis. Und jetzt müssen wir uns die Weichen im Einzelnen nochmal anschauen. Am besten wieder im Planungsmodus. Hier fährt der Zug in den Bahnhof ein. Weiche 106. Dann geht es weiter über dieses Gleis bis zur Weiche 103. Die ist bisher noch nicht eingetragen. Und die muss ebenfalls Weichenstellungen 0 bekommen. Weiche 103. Position 0. Zum Schluss die DKW. Die schalte ich jetzt so lange durch, bis sie die richtige Lage erreicht hat. Und das wäre Weichenstellungen 2. Dazu muss ich ein neues Ereignis anlegen. Weiche schalten. Wir die DKW wieder aussuchen. Und Weichenstellungen 2 angeben. Zum Schluss die Zurückstellung des Signals. Nur mal ein Wechsel. Ebenso beim Signal. Und die Sache ist erledigt. Jetzt erfolgt der obligatorische Test. Ich stelle alle Weichen wieder auf eine falsche Lage ein. Und betätige den Signalschalter. Und sehe die Weichenstraße wird korrekt eingestellt. Jetzt kommt ein Zug dazu. Dieses Mal nehmen wir eine Diesellok. Und damit Farbe ins Spiel kommt, was Rotes. Die V100. Und hängen ihr als Güterwagen Kesselwagen an. Dann gebe ich der Lok die Geschwindigkeit 200 mm pro Sekunde. Und lasse sie bis zum Signal vorfahren. Jetzt sind wir soweit, dass man eine Zweizugsteuerung ablaufen lassen kann. Nur mit diesen beiden roten Tastern für die Signale. Ich kann den zweiten Zug sogar schon starten, wenn der erste noch unterwegs ist. Ich muss aber dann darauf achten, dass die Einfahrweiche in die richtige Stellung kommt. Sonst würden die Züge aufeinander fahren. Und damit hätten die beiden Züge das Gleis gewechselt. Inzwischen habe ich die Ereignisverwaltung so weit erweitert, dass auch die Signale P104 und P105 mit Zugbeeinflussung ausgestattet sind und die Fahrstraßen schalten. Somit kann ich jetzt 4 Züge nur über die roten Signaltasten steuern. Ich muss nur eins beachten. Ich muss immer 2 Züge starten, damit ich wieder ein freies Ziel habe. Und dann kommt die Fahrwe adopted. Vielen Dank. Vielen Dank.